Neben mir steht der Alessandro, du bist heute weitergekommen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Was erwartest du dir denn jetzt von den nächsten Shows? Also erstmal für die nächsten Shows erwarte ich von mir einfach, dass ich viel mehr Power gebe, viel mehr Stimme zeige und genauso präsent bin wie diese Woche auch und hoffe, dass ich nicht wieder zittern muss. Wie fandst du die Entscheidung? Also ich bin froh, dass über meine Entscheidung urteilen zu können, dass ich weiter bin und über die andere Entscheidung, mein Gott, jeder fliegt raus, es ist schade, aber ich bin froh, dass ich weiter bin. Ja, auf jeden Fall. Cool, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Dankeschön. Und viel Erfolg. Danke, danke. Dir auch weiterhin mit deinen Videos. Ciao, ciao.